Was macht er hier, Alter? Was macht er hier? Was macht er hier, Alter? Was macht er hier? Junge, er kommt einfach gepusht. Ah, verdammt. Nein. Was ist das? Danke mit viel Schulz für dein Follow. Auf jetzt. Bist du da sauer? Oder salzig? Jetzt bist du auch überall vertreten, Schulz. Jetzt siehst du mich auch überall, Schulz. Leer, nimm mich ein Mail, bitte. Ah, ist doch schon mal, komm. Nimm Puls, mach auch. Schleif, ich werde das hinternehmen. Der hat sich schon ganz OP, Alter. Was macht er hier, Alter? Der eine ist so heftig auf seinen Maufen. Das ich das bin. Da ist, was macht er dann schon. Oh, der wird eins, der wird eins. Sehr gut. Okay, Damian, mal. Ich hab so viele wieder, ne? So, jetzt hier. Besser aus meinem Tod, äh, hier. Aus meinem Team Tod. Ich werde mit dem Test, dann. Okay, Damian. Rossi, hast du was gesehen? Ja. Kannst du was klippen?